Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Top Talk. Heute reden wir mal ein bisschen über die Ravensburg Tower Stars, über die Leipziger Ice Fighters und aktuelle Lage der Adler Mannheim. Natürlich zum Schluss auch wieder die Tops und Flops der vergangenen Woche. Lasst uns loslegen. Die Ravensburg Tower Stars. Mit einem Blick auf die Tabelle wird einem direkt klar, sie haben es wieder geschafft. Sie sind wieder oben mit dabei, aktuell auf Platz 2. Denn aus den letzten 7 Spielen konnte man 6 gewinnen. Die Kehrtwende war wohl der 3-1-Heimsieg gegen die Dresdner Eislöwen. Und die aktuelle Tourdifferenz mit Plus 5 macht sie nicht so zum Verfolger Nummer 1, der Kassel Huskys. Sondern es zeigt auch die Effizienz der Mannschaft. Soll heißen, dass sie einfach die Spiele gewinnen, die sie gewinnen müssen. Wie gesagt, das war ganz am Anfang überhaupt nicht der Fall. Denn die waren zwischenzeitlich auch im roten Bereich. Muss man sagen, wie es ist. Aber da hat es ja auch Leute getroffen oder Mannschaften getroffen, wie den EZ Bad Nauheim, die Krefeld Pinguine. Gut, wie die Kaps-Dealers sind immer noch ganz unten, ist klar. Aber die Ravensburg-Towerstars sind aktuell auf Rang 2 und haben es einfach wieder geschafft. Natürlich, Ausrutsche passieren trotzdem noch. Ich meine, ja, das 5-1 in Dresden war jetzt nicht das prickelndste für sie. Für uns schon. Aber das ist ein anderes Thema. Dennoch ist es eigentlich wirklich schön, diese Mannschaft wieder oben zu sehen. Weil oben gehören sie einfach hin. Die Ravensburg-Towerstars spielen eigentlich wirklich immer gutes Eishockey. Mich hat es am Anfang wirklich sehr gewundert, warum die so weit unten sind. Genau wie die anderen Vereine. Aber man kann sagen, jetzt sprechen wir wieder ein bisschen von der Normalität. Wenn wir gerade von starker Verbesserung sprechen, gehen wir mal in die Oberliga-Not. Denn dort haben wir die Icefighters Leipzig. Denn die haben momentan auch wieder einen richtigen Lauf. Bevor wir jetzt aber ins Detail gehen, muss ich mal kurz was erwähnen. Und zwar finde ich es sehr, sehr schade, dass Sven Gerrige als sportlicher Leiter zurückgetreten ist. Ich habe damals auch, ich habe es schon mal in den Kommentaren auch geschrieben unter dem Post. Auf Instagram war das. Ich hatte das Vergnügen, wirklich bei dem Match der Leipziger Icefighters gegen die EG Dietz-Limburg letzte Saison TPK zu leiten. Und wirklich ein sehr zuvorkommender Mann. Sehr höflich, sachlich, wirklich top. Hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich schade, dass du gegangen bist, Sven. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu den Leipziger Leistungen. Fakt ist, die hatten wirklich einen richtig schweren Start. Auch als Tabellenletzter. Aber dies ist seit dem 17.11. nicht mehr der Fall. Und man hat nicht nur die letzten sechs Spiele alle in Folge gewonnen. Sondern man hat dabei auch Top-Favoriten wie die Saale Bulls oder die Hannover Scorpions geschlagen. Ja, ich glaube sie gerade vielleicht ein bisschen höher, als sie in der Tabelle dastehen. Denn mit Platz 10 kann es jetzt auch noch nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen in der Oberliga Nord. Aber Fakt ist halt wirklich, es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Sie haben, ich behaupte es einfach mal, zur alten Leistung zurückgefunden. Weil die Leipziger haben immer stark gespielt. Ist einfach so. Denn es ist einfach die Tatsache, dass alle da unten gerade starke Leistungen abgerufen haben. Dementsprechend hat Leipzig nicht wirklich viel weiter nach oben geschafft. Aber natürlich auch, weil sie wirklich enorm viel Abstand hatten. Muss man auch einfach mal sagen. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen verlaufen werden. Und ob die Leipziger sich noch weiter nach oben kämpfen und dann wieder anständig in die Playoffs kommen. Wir werden sehen. Und da wir gerade bei den Leipzigern waren, die auf Platz 10 stehen, kommen wir mal zu einem anderen Platz 10. Und zwar gehen wir so jetzt in die DEL. Und da stehen die Adler Mannheim. Ich mache ja gerade Überleitungen. Das ist ja der Wahnsinn. Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer sprechen, schauen wir erstmal so ein bisschen auf die Zahlen. Denn da stehen wirklich aus den letzten 14 Spielen hat man nur drei gewonnen. Und da hat man zum Beispiel auch gegen alle aus dem Tabellenkeller verloren. Unter anderem zweimal DEG, einmal Augsburg, einmal Iserlohn und zuletzt die 2-5 Niederlage gegen Nürnberg. Und wenn wir jetzt nur mal die letzten fünf Spiele betrachten, da hat man nur fünf Tore gemacht, aber 20 Buden kassiert. Und sowas ist eigentlich für die Mannheimer total untypisch. Natürlich hat man dann Mannheimer auch reagiert und den alten Trainer entlassen. Und seit vier Spielen steht der neue Coach an der Bande. Und das wäre Dallas Eakins. Ich bin natürlich kein Freund fan, wenn man so zwei, drei Spiele hatte, die man dann verliert, so unter dem neuen Trainer. Und dann schon viele Leute schreiben so, das hat ja gar nichts gebracht, wann kommt dann endlich was. Man muss immer ein bisschen Zeit geben. Natürlich muss man hier auch berücksichtigen. Mannheim hatte gerade eine sehr schwere Phase oder ist aktuell noch in der schweren Phase. Hat aber seit dem neuen Trainer so Mannschaften gehabt wie Schwenningen, die Eisbären Berlin. Ja, Nürnberg ist natürlich jetzt so eine Sache gewesen. Das hätte man vielleicht, wenn verlieren, nicht so hoch. Wie gesagt, das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber so langsam sollte man sich mal einpennen. Der neue Trainer hat jetzt vier Spiele geleitet. Dabei war eine, ich weiß nicht, gegen Nürnberg aktuell ist es eigentlich schon eine Klatsche, so gemeins klingt. Und natürlich auch noch dieses 0-4 gegen Köln. Aber es war zwar eine Niederlage gegen Köln daheim. Man hat auch kein Tor geschossen. Aber die allgemeine Leistungsbereitschaft war auf jeden Fall da. Man wollte Tore schießen. Man war aktiv. Man hat sich viel mehr reingeschmissen. Es war halt einfach wirklich unglücklich. Aber dennoch spricht es auch dafür, dass allein die Schüsse aufs Tor, also allein diese Bereitschaft, war deutlich höher als bei Köln. Ja, Köln dann hinten raus effizienter. Okay. Trotzdem, waren das schon mal bessere Leistungen als die Spiele davor. Von daher kann man darauf aufbauen. Und ich hoffe, dass es auch langsam wird. Denn meine Blicke gehen Richtung Freitag. Dort trifft man mal wieder auf die DEG. Zu Hause in der SAP Arena. Und dort muss es langsam fruchten. Gerade die DEG. Ja, die hat jetzt momentan einen ziemlich guten Lauf. Die kommen langsam auch ein bisschen höher. Dennoch, die Adler Mannheim müssen sich raffen. Es muss jetzt funktionieren. Es muss ein Aufwärtstrend her. Kehrtwende brauchen sie jetzt. 2023 ist fast rum. Und wenn sie jetzt nicht langsam das Ruder rumreißen, kommen sie in die kritische Zone. Weil da unten ist es auch sehr eng gestaffelt. Selbst Iserlohn kommt jetzt immer höher. Augsburg ist auch nicht so weit entfernt. Also die Adler müssen aufpassen. Und mit Blick auf die vergangene Woche schauen wir einfach mal, was für mich die Tops waren. Und hier habe ich mir drei Stück aufgeschrieben. Als erstes kommen die Starbuss Rosenheim. Erstmal mit einem 6-Punkte-Wochenende. Dann hat man am Freitag die Freiburger zu Hause 9 zu 4 wieder nach Hause geschickt. Und dann noch die Kirsche auf dem kleinen Eisbecher. Ist natürlich der 3-2 Auswärtssieg in Kassel. Rosenheim scheint angekommen zu sein. Jetzt müssten sie Tabellenblatt 7 sein. Hut ab dafür. Für die nächsten zwei gehen wir mal runter in die Oberliga. Erstmal die Oberliga Nord. Und da habe ich Heilbronn aufgeschrieben. Die hat nämlich diese Woche drei Spiele und haben drei Sieger eingefahren. Unter anderem auch gegen mit Favorit, sage ich jetzt einfach mal, Bayreuth. Und jetzt gehen wir mal auf die Nordseite der Oberliga. Und da habe ich die Salebuss stehen. Die hat nämlich diese Woche auch drei Spiele und auch drei Siege. Die haben nämlich auch zwischenzeitlich ziemlich geschwächelt und sind jetzt wieder richtig stark dabei. Was die momentan auch abliefern. Deswegen, das sind meine Tops von dieser Woche. Schauen wir jetzt mal auf die Flops. Zuerst muss ich hier die Augsburg Panther nennen. Denn die haben an diesem Wochenende zwei Niederlagen kassieren müssen und sind jetzt vorletzter und haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Iserlohner. Das heißt, die aktuelle Leistung entspricht fast wieder dem Trend der letzten Saison. Sie müssen wieder hölligst aufpassen, dass sie nicht in diesen roten Bereich reinkommen. Wo dann vielleicht, ich will es nicht sagen, aber in der DEL 2 ist es halt immer so eine Sache. Kann ja nicht jeder aufsteigen. Aber darauf kannst du dich aber auch nicht verlassen. Letzte Saison hatten sie Glück. Sie müssen diese Saison aufpassen. Iserlohn ist nicht mehr weit weg. Und wir sprechen von DEL 2. Da kommen wir nämlich zum zweiten Flop und zwar der EHC Freiburg. Auch die Wölfe mussten dieses Wochenende zwei Niederlagen hinnehmen und sind jetzt nur nach einem Punkt von Biedigheim entfernt. Das heißt, Biedigheim 14, Freiburg 13. Allerdings, wie gesagt, Freiburg hat einen Punkt Vorsprung. Das Problem dabei ist nur, für Freiburg, dass die Wölfe nämlich ein Spiel mehr haben als Biedigheim. Das heißt, wenn vielleicht Biedigheim dann ein Spiel, also wieder gleich zieht mit der Spieleranzahl und da auch nur, weiß ich, zwei Punkte holt, sind sie definitiv vorbei. Und dann ist Freiburg letzter. Freiburg muss auch hölligst aufpassen. Sie müssen nicht langsam fangen und sich was einfallen lassen, weil so kann es nicht weitergehen. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, schreibt mir in meine Kommentare, was eure Tops und Flops in dieser Woche waren. Was sagt ihr zu den Themen, die wir gerade eben behandelt haben, beziehungsweise die ich nochmal so reflektiert habe von der vergangenen Woche. Und dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.